Hallo liebe Leute willkommen zu meinem neuen Kanal. Ja ähm, wie zu sagen, es geht gleich noch ein Intro los. Und ciao, bis gleich. Hallo liebe Leute, willkommen zu meinem neuen Kanal. Da sind wir nach dem Intro mal wieder. Ähm, ja ich habe jetzt einen neuen Kanal eröffnet, weil ich merke, dass glaube ich über der Hälfte meiner Abonnenten ja äh inaktiv sind. Und deshalb habe ich mir überlegt, für die Leute, die ja meinen Kanal verfolgen, dass äh, wenn wir hier drauf gehen auf diesem Kanal, dass, ja, dass wir dann jetzt hier weiter rocken und so weiter, auch seht wer auch alles aktiv ist. Mit dem, ja dann haben wir noch hier den wunderschönen Lutz Favak, äh, äh, darf ich deinen Namen sagen? Ja, darfst du. Ja, mit dem wunderschönen Viktor hier. Ja, wir sind gerade auf unserem Team 6 Server. Ihr könnt meinetwegen auch mal drauf kommen. Ähm, ja. Aktuell 13 Leute hier drauf, minus ein paar Bots natürlich. Ähm, ja, was machen wir denn so hier? Viktor, was gibt's denn hier denn so alles hier denn, ja? Wir haben ja hier einen Gears Mod Server, stimmt's? Ja, wir haben hier einen Gears Mod Server und so weiter. Ja, wir machen jetzt hier auch Staus Rollenplan, das heißt, ihr könnt hier zu uns hinkommen, vielleicht auch eine Runde mitspielen, hier Staus Rollenplan, so weiter. Wir machen auch ein paar Events pro Tag. Einmal pro Tag oder zwei, äh, oder innerhalb von zwei Tagen. Ähm. Ja, manchmal machen wir auch unsere Videos. Dann kommt vielleicht noch irgendwann noch ein Minecraft Server für die Leute, die mich verfolgen, die Minecraft spielen und so weiter. Äh, ja, und wegen Thema Gears Mod Server und so weiter. Zum Gears Mod Server wird dann bald dann hier auf dem Kanal dann noch eine Staffel noch rauskommen, das heißt, Staus, 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 Phase 2, Staffel 1, wie auch immer, bei UDG. Ja. Dann vielleicht noch eine Runde Minecraft und dann vielleicht dann noch ein paar, ähm, helfende Intros, die zum Helfen da sind, natürlich. Ja, was meinst du, was könnten wir noch hier auf den Kanal noch bringen? Victor? Vielleicht wie die Serverleitung? Ja, wir verarschen ja auch ein paar Leute dann, ja genau. Okay. Ich denke mal, das war's mit dem Video, glaube ich. Ähm. Wenn ihr noch wissen wollt, welches Spiel ich habe, dann schaut in die Beschreibung, lasst ein Abo da und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal. Ciao.